Halli, hallo, hallö schon, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trine. Weiter geht's hier mit der Rekada. Guckuck. Servus. Oh, falsche Person. Ich hab den falschen Bogen. Jetzt. Ja, ich glaub, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Kisten bauen. Naja, du hast ja dein Seil da, ne? Ja, ja. Warte mal, hinter der Kiste ist ein Heildrang. Kannst du die Kiste machen? Ui, ja, ja, ja. Moment. Mensch, du hast ja irgendwie einen Adler. Äh. Zack. So, ja, dahinter ist auch noch. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Das richtige Timing zu finden. Hä? Kann das Rad aber auch nicht anhalten. Warte mal, ich baue hier oben mein... Nein, 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 nein. Au, 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 au. Ich bin schon oben, ich bin schon oben, aber ich krieg die ganze Zeit... Hui, hui, hu. Ja, ich hab schon... So, okay. Weiter geht's. Okay, jetzt geht's. Scheiße. Heilerdrank Okay, da oben ist erstmal... Ja Yay Okay, und? Ist das nicht sicher? Äh, okay, warte mal Ich nehm mal jetzt nen Dicken Was ist denn hier los? Mama! Okay, warte Ja, Moment Boah Kannst du doch bitte zurücklaufen Da hinten war, glaub ich, so ein blauer Dings Achso, ich kann ja eigentlich auch selber zurücklaufen Äh, ja, genau So, wie mach ich denn das jetzt hier? Ich bin der Krieger, ich bin der Krieger... Hä, wo war denn das? Ja, verpippsch! Okay, ich geh schon mal rüber So, ich will meine Kriegerin wieder haben Oh, jetzt hab ich mich aber ver... Jetzt darfst du, jetzt darfst du nehmen Weil ich hab gerade hier Du musst mal nen Krieger nehmen Na komm, komm Klatsch Klatsch Da weißt du da in dem Spiel wahrscheinlich Wenn du das alleine spielst, hin und her wechseln musst Ja, das wird ziemlich aufwendig werden Aua Wenn du das... Ich sterbe hier schnell Hinkriegst Kommst du durch? Ne, ich bin wieder an den Feuerwehr gestorben Moment Aber da... Du kannst aber hier bei mir eigentlich... Oder? Weil ich bin gerade hier bei so nem Spawnpunkt Naja, jetzt nicht mehr Also wenn du stirbst, könntest du... Ich kann mich sterben, so oder? Oder? Mh Oder du schaff's es? Ich schaff's Keine Sorgen Du hast das jetzt mit Züge gemacht, sagst du... Zack, 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 zack zack, zack, zack zack Na, dann kommst du hier wieder. Ja, genau. Jetzt reicht es mir. Dein Schwert ist aber auch nicht gerade das Beste mehr. Achso, ich komme da. Oh nein, nein, nein. Hier, Vorsicht, ne? Das sagst du mir aber sehr spät. Da oben hörst du irgendwas. Gnurren, warte mal. Kiste. Ja, da oben ist wieder ein Dings. Was? Nein, du hast... Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich halte auf. Ja, oder du. Machst du erst mal weg, genau. Ja. Wie kommst du denn hoch? Soll ich dir eine Kiste bauen? Boah. Ja, aber gut, glaub ich. Warte mal, wie soll ich denn die machen? Genau. So, easy. So, easy peasy. Pass auf, pass auf. Es läuft. Es läuft einfach bei uns. Wow. Was ist mir los? Alter, Schwede, hast du dich aber übernommen, ne? Oh. Was soll ich jetzt? Den Krieger nehmen? Okay, ich nehme den Krieger. Komm mit. Ja, ja, warte. Okay. Ja, komm mal. Lauf. Schießt zurück. Oh Gott. Oh Gott, wie machen wir das? Du musstest mit dem Zauberer versuchen, die Stachel wegzumachen. Ja, Moment. Ach, scheiße. Bleib stehen. Nein. Oh Gott. Ich lau einfach weiter. Ich bin schon alleine. Scheiße. Au, au, au. Schütte. Alter, was ist denn hier los? Ach, bist du wieder da? Nö. Nee, nee, nee. Du bist der letzte. Pass auf, du stirbst gleich. Du musst unten weiter lang. Ich will aber da rein. Da ist ja nichts. Pass auf, eh ein schlapp und du bist weg. Ja, jetzt hast du wieder Leben. Okay. Ähm. Ja, da ist etwas Grünes. Da ist etwas Grünes. Etwas Grünes, Leuchtendes. Oh, oh, oh. Da auch noch? Hey, heiß, heiß, heiß. Und da. Ich bin wieder cool. Go, 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 go. Oh, cool. Ich kann hier voll drehen. Alter. Du bleibst unten, Freund Blase. Zack. Äh, was kannst du drehen? Ich kann hier oben das Ding drehen. Kann ich hier hoch? Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt da hoch? Wie komme ich denn jetzt darüber? Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal, wenn ich das so drehe, dann hole ich dir ein Dings hoch. Siehst du das? Ein Fahrstuhl. Was? Ja, na dann, dreh mal. Ja. Dreh fleißiges Bindchen, dreh. Dreh fleißiges Bindchen, dreh. Dreh fleißiges Bindchen, dreh. Ich sehe noch nichts. Also immer schön fleißig weiter drehen. Die Kette geht auf jeden Fall nach oben, ne? Oder geht die nach unten? Vielleicht drehst du in die falsche Richtung. Hm. Ich könnte doch auch drehen. Lass mich mal drehen. Warte mal, lass mich doch erstmal. Ah. Nein, ich bin wieder ganz unten. Ich bin wieder ganz unten. Und? Passiert irgendwas? Ja, ich bin tot. Es dreht, da passiert ja gar nichts. Mach ich denn nur. Du fährst ja definitiv irgendwann mal. Doch, du fährst ja was hoch. Ach man, ich bin schon wieder tot. Ja? Ja, es kommt was hoch. Ganz langsam. Ganz ruhig. Ach man, ich bin auch wieder tot. Sag mal, was machst du denn? Ich weiß es nicht, ich komme ja nicht hoch. Dreh weiter, dreh weiter, es kommt hoch. Gut. Hä? Wo bin ich denn? Ah, hier. Ja, cool. Okay. Weiter. Nein. Du drehst doch. Du bist doch, du bist doch ein Zauberer. Ich dreh feinlich. Ich mach gar nichts. Hä? Warum drehst du denn jetzt in die falsche Richtung? Warte, gerade hier. Nein, ich drehe. Ich drehe so, wie es eigentlich lief. Sie schon. Hä? Ja, ja. Ach guck mal, wenn es stehen bleibt, kommt die Kette trotzdem hoch. Hm, was denn das für ein Scheiß? Na ja, dann müssen wir einfach mal wechseln, dann gib mir mal den Charakter schnell. Hui. So einfach geht es. Achtung Stein, äh Achtung. Äh. Lauf durch. Auah. Auah. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. So, dasselbe mit mir bitte. Äh, ja, warte. Du musst halt bloß gucken, dass ich die vordere nicht abkriege. So, geh. Naja, gut. Ich habe es natürlich wieder mit Wunden. Guck mal, da oben liegt. Ja, ich auch. Kannst du da oben diesen Hammer da oben bewegen? Nach rechts oder links? Super. Ja. Aber trotzdem kann man nicht hoch. Aua. Au. Da kommt eine Spitze auf dich zugerollt. Ja, toll. Hm. Hä? Scheiße. Nein! Wieder ganz oben. Nein! Ich bin ganz tot. Mist. Das ist ja natürlich jetzt nicht so toll, ne? Ja, ich wollte die Figur zurückholen und bin aber wieder nach fast ganz unten gesprungen. und bin dann wieder durch so ein Feuerball. Zack. Okay. Ähm. Kommt hier irgend... Ja, da vorne ist. Ja, da. Bibi. Sehr dank. So. Okay. Guck mal her. Warum habe ich jetzt einen Zauberer? Ich habe keine Ahnung. Oh, Alter. Hey. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, keine Ahnung. Hau ab! Du dreckig, du Scheißfieger. Jetzt habe ich euch an der Kontrolle. Hey, der spuckt ja Feuer, wie Sau. Ein Feuerspucker. Alter, wie viel das denn? Brauchst du Hilfe? Nee, nicht mehr. Müsst du spät. Nein. Oh, Gott. So. Hä, meine Kriegerunde ist weg. Ja, die habe ich kurz genommen. Huch. Weil ich einmal rüber wollte. Warte, warte, warte. Nicht einmal. Ja, du öffnest mir ein Tor. Ja, 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 ja. Ich warte aber. Oder soll ich durch? Nein, du musst hier oben lang, glaube ich. Yes. So. Hi. Oh, Gott. Wie kommen wir denn da jetzt rum? Oh, oh. Ja, hier, warte mal. Gucke mal, ich bring dir was. Warum tust du einfach die Pritsche rüber? Oder schiebst du runter? Ach, wir müssen da eh runter. Zack. So. Ich bin er. Hier, da, mach kaputt. Die Zecke. Das ist eine Zecke. Echt? Ja. Hier geht's. Okay. Ich stelle es da hin. Schon wieder Levelaufstieg? Warte mal, ich. Ups. Okay, jetzt geht's nicht hoch, weil wir davor stehen. Oh, 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 oh. Also wir müssen irgendwo wahrscheinlich wieder einen Mechanismus finden. Ja, ich habe hier oben einen. Okay. Wozu habe ich denn jetzt wieder die Faust gefunden? Ah, da! Ich sehe schon. Vielleicht kannst du wieder irgendeine Wand einschlagen. Ja, ich sehe schon. Der Laufstieg gucke ich doch gleich mal. Okay, zwei Punkte. Jetzt kam die Faust runter. Warte, jetzt hier ist wieder eine Kiste. Mal gucken, was wir sammeln. Verzauberter Gesundheitskristall. Ja, okay. Das macht denn der? Der ist gleich beim Dingens, beim Zauberer. Ich glaube, die Dinger... Mit dem du sammelst. Ja. Weil ich habe jetzt gerade meinen Zauberer gesammelt. Er erhöht die Wirkung jedes gesammelten Gesundheitsdrang. Wo könnte der am besten passen? Er hat den Schaden. Der hat... Hä? Auf jeden Fall einen, den wir auch mal nehmen. Ich nehme mir. Ich tue bei mir zur Frau, weil ich nehme mir die Frau öfter. Und ich tue auch den Mana-Kristall da rein. Dann haue ich lieber das da. Dann haue ich lieber da rein. Scheine, das ist gerade ein bisschen... Hm. Okay. Und der kennt jetzt von mir den hier. Obwohl, nee, die brauche ich im TV. Was sind das? Heizkette des Lebens, erhöht die Gesundheit um 5%. Das hatte ich gesagt. Hierhin. Der Krieger hat... Achso, das ist... Energie, ja. Äh... Ja. Mhm. Genau. Okay. Warte mal. Gesundheit. Mach ich mal hier hin. Okay. Gut. Gut. So, ich habe ein bisschen aufgeteilt meine Sachen. Oh, 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 oh. Komm, wir gehen gemeinsam hier runter. Okay. Hui. Oh, ich erst mal mitten drin, ey. Älter Schwede. War da? Ich hole ein Dings. Du, wird es einfach durch. Ich kann was auch machen. Warte mal. Ups. Nein, pass auf. Spring nicht runter. Spring nicht runter. Da oben ist ein Trank. Und da kommst du nicht mehr hin. Okay. Überleg du erst, wie du da hinkommst. Boah, da fliegst du ganz weit runter. Oh nein. Ups. Äh. Warte. Uah. Mist. Mist. Da war irgendwas. Scheiße. Was war denn das? Äh, geh mal bitte zum Dingspunkt zurück. Weil ich bin tot. Warte mal, da kam doch... Ich komme nicht zurück. Ah, du hast einen Trank runter. Klar, da war doch gerade einer. Du bist an denen vorbei. Wo bin ich denn jetzt? Ähm. Bäh. Aber da oben war... Also auf der anderen Seite, da waren schon noch ein paar Sachen. Ich will schon. Tränke gab's da auf jeden Fall. Müsstest du mal gucken, dass du doch zurückkommst. Ich geh ja jetzt sozusagen zurück. Das ist ja die Stelle, wo ich nicht hochkam. Warte mal. Hä? Nee. Ja, ja. Ich komme ja nicht mehr hoch. Das ist das Problem. So, hier, zack. Gucke mal da. Da kannst du mich übrigens holen. Ach, na eben. Hier, du hast recht. So, ja. Da sind wir wieder. Was ist das denn hier? Ja, wir brauchen den Schalter, ja. Und da komme ich noch an. Und da oben war noch so viel. Wie kommen wir da wieder hoch? Tja. Hm. Ist jetzt die Frage. So. Okay. Wie machen wir das jetzt hier? Äh. Hier, was ist denn das? Ist nischt weiter? Hm. Ups, warte mal. Na komm, Lufi. Hä? Ja. Getroffen. So. Na, ha. Ich könnte mal den Krieger, äh, den Zauberer gebrauchen. Äh, hier ist auch noch ein Trank. Hier hinten. Ich könnte mal den Zauberer gebrauchen. Ja. Okay, warte. Ähm, jetzt. Okay, ich probiere mal. Okay, wie könnte man jetzt hier so? Bitte, wie komme ich denn da hoch? Na gut, so wenn es geht. Dann schäbt man den Trebel. Kommt man denn jetzt da? Bewegt man den Hebel. So. Ja, das ist sehr gut. Ja. Hä? Hä, warum bin ich? Hä? Warum bin ich jetzt dort? Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir ja da lang. Oder hattest du was anderes vor? Hä? Nee, aber, hä? Ich weiß nicht, warum das hier gelassen hat. Ich weiß nicht, warum das hier gelassen hat. Aber oben war doch noch so viel. Was? Na, dann geh wieder zurück. Dann geht ja nicht. Oh. Was? Na, da oben, wo wir runtergefallen sind. Da habe ich gesagt, da springe ich runter. Da war doch so viel. Hm. Man, das ist doof. Ach so, da geht's schon. Ähm, ja. Wir kommen auch hier auf. Wow. Oh Gott. Ja, den musst du. Hey. Ich, äh. Du musst das Gesicht schlagen. Ja, das versuche ich ja. Plus der... Oh. Tschüss. Oh, guck mal. Voll in die Fresse geschissen. Hat geschlappt. Ich komme ja nicht hoch. Du musst springen. Hä? Ist ja witzig. Warum hab ich da auch gemacht? Ich glaube, das ist schon eher was für Pfeil und Bogen. Das ist doch dasselbe, den wir schon mal hatten. So, der muss halt. Oh, bin tot. Nein! Bist du verrückt? Warte mal, ich... Hm. Das Gesicht rein. Straft denn nicht, ey? Wow. Alter, ich mach ja alles kaputt. Wow, der hat gesessen jetzt. Ja, voilà. Er ist tot. Gut, aber hier oben war noch dran. Okay. Ja. Hab ich den gesehen. Oder den hast du jetzt schon? Hast du den schon geholt? Hm, keine Ahnung. Kommt sein. Ach, da wird er vielleicht gar kein... Das kann schon sein. Oh, oh. Skelett. Ach, du hast das dann. Ich dachte, der wedelt den Skelett so komisch rum. Huh! Okay. Wir müssen den Krieger auf jeden Fall mal ein bisschen stärker machen, der ist ein bisschen geschwächt. Der Krieger ist ja der, der... der Tank eigentlich, ne? Und ein bisschen... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, geschafft. Scheiße. Mist. Der macht... Hä? Jetzt so. Was macht er denn? Der dreht sich immer beim Springen und dann springt er wieder zurück. Was? Warum das denn? Was hat er denn gemacht? Ja, da ist so eine eklige Spinne, äh, so eine Zecke wieder. Ach so. Dann mach mal. Du musst jetzt hochspringen da oben, die haben wir getötet. Richtig. Aua. Ups. Oh. Oh, ich bin tot. Oh, man hat sich geopfert. Ja. Die königliche Fahne. Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen. Mhm. Was sind diese Artefakte überhaupt? Der Krieger wieder das große Maul. Oh. Was sind Artefakte? Was können Artefakte sein? Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Oh mein Gott. Ja, das war es auch schon wieder für den paar Teile. Ne, nochmal so. Moment. Ja. Das kriegen wir wieder hin, aber das natürlich in der nächsten Runde, ne? Ja. Gut. Übst du noch ein bisschen Zaubern. Alles klar, der Onkel, der übt noch ein bisschen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.